Was geht ab Leute, euer Frapsis hier, heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um ein richtig cooles Thema, denn es geht um die Fortnite 14 Tage Challenges, die jetzt demnächst auf uns zukommen werden. Aber bevor es damit überhaupt losgeht, Freunde, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch gerne ein Abo. Also, falls ihr das Ganze noch nicht getan habt, gerne tun, wäre mega geil. Aber um was soll es heute in diesem Video gehen? Und zwar, Freunde, um, wie ich bereits schon am Anfang sagte, um so ein paar Challenges, die jetzt demnächst reinkommen werden, und zwar um genau zu sein, um die Fortnite 14 Tage Sommer Challenges. Denn, Freunde, mit diesen Challenges könnt ihr euch 14 kostenlose, beziehungsweise 15 kostenlose Items freischalten. Also, jeden Tag bekommt ihr ein kostenloses Item in Fortnite. Und dann, wenn ihr alle absolviert habt, bekommt ihr dann nochmal auf Nacken, auf ganz entspannt nochmal als Abschluss ein weiteres. Und das ist dann höchstwahrscheinlich das größte Geschenk. Und ist auf jeden Fall eine geile Sache. Ich sage es euch, wie es ist, Freunde. Epic Games selber hat natürlich dazu noch nichts gesagt, aber Leak haben bereits schon in den Ingame-Files viele weitere Dateien gefunden und natürlich auch ein paar, so in Anführungszeichen, Konzepte, die die gerade machen, die uns einfach Aufschluss darüber geben, dass es tatsächlich das sein sollte. Und ihr wisst ja selber, Freunde, heute hat Frühling gestartet, also heute ist Sonntag, äh, Montag, während ich das Video hier aufnehme. Und Frühling ist ja jetzt am Start und bis Sommer ist nicht mehr lang. Und Sommer soll das Ganze starten. Und zwar, um genau zu sein, ist ja der Sommeranfang offiziell am 20. Juni 2020. Und dazu würde ich jetzt mal sagen, dass wir auf jeden Fall mit der nächsten Season die Fortnite 14-Tage-Challenges erhalten werden. Hallerspitzens mit der übernächsten Season. Aber viele gehen davon aus mit der nächsten Season. Die nächste Season ist ja schon bald. Und das wird auf jeden Fall im Juni abspielen. Also jetzt in drei Monaten, beziehungsweise jetzt, wenn wir den April noch mitrechnen, ja, so, ja, komm, sagen wir drei Monate, okay? Es sind so zwei Monate und 20 Tage ungefähr. Ist auf jeden Fall entspannt, ich sag's euch, wie es ist. Und da kriegt man 14 kostenlose Items. Und wie ich euch auch bereits schon gezeigt habe, sind dort so Sachen wie, ähm, Surfbrett-Emotes und, 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 und. Da gibt es auch bereits schon ein Video, das blende ich euch mal ganz kurz ein. Das könnt ihr dann sehen, Freunde. Hier ist so ein Surfbrett als, ähm, Emote. Und darauf soll man dann am Ende surfen können. Sieht auf jeden Fall cool aus. Plus wir haben hier zwei Emotes nochmal. Also die ganzen Sachen, die ihr jetzt hier sehen werdet, sind auf jeden Fall für die Fortnite 14-Tage-Challenges. Also die ganzen Emotes, alles drum und dran. Alles gehört da tatsächlich dazu. Nichts ist irgendwie, ähm, noch für was anderes oder so. Laut den Ingame-Files soll es halt dann tatsächlich für Fortnite 14-Tage-Sommer sein. Wie gesagt, am 20. Juni ist es dann soweit. Dort wird dann der offizielle Sommerstart sein. Aber, ähm, eine Sache solltet ihr wissen. Fortnite bringt solche Sachen immer ein bisschen vorher raus. Vielleicht, Freunde, bringen die das auch schon vielleicht direkt zum Start von Juni raus. Also 1. Juni beispielsweise. Und dann geht das Ganze 14 Tage. So, dass man da so einen kleinen Smooth, äh, so einen kleinen Übergang darauf hat. Und, ja, also ich wollte euch einfach nochmal darüber informieren. Wird auf jeden Fall im Juni stattfinden. Sozusagen in zwei Monaten. Und wir werden 14 Sachen jeden Tag kostenlos bekommen. Und wenn wir alle absolviert haben, bekommen wir am 15. Tag dann nochmal ein richtig dickes Geschenk von Epic Games. Und was es dann auch sein wird, werde ich euch natürlich zeigen, wenn es soweit ist. Und das, Freunde, solltet ihr mit dem Video gewesen sein. Wer das euch soweit gefallen hat, lasst mir natürlich gerne mal einen Daumen da. Und vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Schreibt eure Meinungen unten in die Kommentare, wie ihr sowas findet. Findet ihr die letzten 14 Fortnite-Tage-Challenges eigentlich geil? Beziehungsweise fandet ihr die geil? Würde mich interessieren, da gab es ja so einiges. Es gab Winter, also Fortnite 14 Tage Winter. Dann gab es ja nochmal diese Weihnachtsevents. Dann hatten wir auch nochmal Frühling und, und, und. Summer-Dingsbums, alles. Also da waren richtig viele Sachen, wenn man ehrlich ist. Und jetzt kommt halt sowas wieder rein. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und das soll es jetzt endgültig mit dem Video gewesen sein. Freunde, lasst einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen. Ich bin raus. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Geht mit dem Flow. Euer Fraps. Und ciao.